Es regnet draußen und gleichzeitig stehen Flohmärkte an. Würdet ihr hingehen? Ja, die Frage haben wir uns heute Morgen auch gestellt und sind doch losgefahren. Was wir gefunden haben, das zeige ich euch gleich. Wir haben Anfang Mai und das Wetter war bombastisch, also richtig 25 Grad draußen, wunderbar. Dann kam das Wochenende, Samstag bezog sich das schon ein bisschen, und zwar die Flohmärkte am Sonntag. Ja, und dann hieß es Regen. Und zwei wunderbare Flohmärkte eigentlich stehen an oder standen, ja, stehen an an dem Tag. Ich dachte noch, wenn es regnet, lohnt sich das dann noch. Was war das für Flohmärkte? Das eine ist ein, ja, so ein, ich sag mal, Supermarkt, Flohmarkt, Parkplatz, Flohmarkt, kann man so sagen, das ist jetzt so ein Großhandel, so ein Großhandelsparkplatz. Der steht viermal im Jahr bei mir an in der Nähe. Der lohnt sich eigentlich, weil da immer ein paar ein, zwei auch Händler sind, die immer schöne Sachen haben. Ja, und dann stand noch ein Stadtteilfest in Hamburg Stadt, ne, in Bergstedt, die bunte Meile. Da war ich auch, und das lohnt sich auch. Beginnt um ab zehn, also in dem Sinne, ja, Regen warm morgens. Ging kurz nach sechs, bin ich aufgestanden, fahre nicht weit zu dem ersten Flohmarkt, ja, und dann regnet es draußen. Ja, und dann wegt man ab. Fahren wir noch hin? Fahren wir nicht hin? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wegt ihr dann auch ab? Oder sagt ihr, ach, scheiß drauf, ich fahre hin und wenn es regnet, kriege ich eben in die nassen Teile? Ja. Gut, was haben wir gesagt? Wir fahren hin, weil mein Bruder auch ein Vorab-Deal hatte mit einem Privatverkäufer, der auf dem ersten Flohmarkt eben halt verkaufen wollte und hatte ein paar Sachen von uns zurückgelegt. Ein paar Spiele, die zeige ich euch ja bitte als letztes. Richtig schöne Sachen. Der hatte mein Bruder schon vorab mit ihm gesprochen, auch Dinge abgemacht, obwohl wir richtige Verhandlungen erst auf dem Flohmarkt dann geführt haben. Das war so ein Grund, warum wir losgefahren sind. Also, wir fahren los, es regnet noch und dann wurde es zum Glück weniger. Ja, und als wir dann auf dem Flohmarkt ankamen, die Hälfte ist überdacht, da war natürlich mehr aufgebaut, beim anderen legte sich das so langsam, wurde ja dann aufgebaut erst. Haben wir natürlich auch die ersten Games-Leichen gesehen. Da waren drei Playstation-Zwei-Spiele, eigentlich zwei richtig tolle Titel dabei. Lego, Indiana Jones und Star Wars The Force Unleashed. Beides in sehr schönen Zustand vor dem Regen, dann die Cover waren richtig schön durchgenässt. Da gucke ich natürlich nicht weiter, weil das kann ich dann nicht mehr mitnehmen, bringt mir nichts. Naja, aber in dem Sinne, wir sind dann übrigens im Flohmarkt weitergegangen und sind doch fündig geworden. Also, abgesehen von dem Vorab-Deal. Ja, und ich zeige euch diese schönen Stücke jetzt. Sie sind sortiert, das heißt, beide Flohmärkte, auch diese bunte Meile, das ist ein Stadtteil-Flohmarkt in Hamburg, wo ein Flohmarkt stattfindet. Und gleichzeitig eben halt, ja, stattfest. Aber fangen wir an. Kommt, keine großen Reden mehr. Was gab es als erstes? Ein Händler, bei dem mein Bruder immer gerne guckt, der dort ist, der hat lustige Taschenbücher von Disney. Und ich kann euch sagen, wir haben hier einen ganzen Stapel. Zum größten Teil ist es immer halber Preis, den er macht, weil er hat auch viele Neuheiten dabei. Und das war auch eines, jetzt hier fast halber Preis. Die kosten also ungefähr hier, kostet 9 Euro neue, die anderen kosten 8 Euro. Das könnt ihr euch ausrechnen, ne? Das ist so halber Preis. So, hier haben wir einmal die lustigen Taschenbuch-Sonne-Edition, 90 Jahre Donut, Band 1 und Band 2. Einmal haben wir hier und einmal haben wir hier richtig schöne Bände. Ja, und das Schöne ist, die passen irgendwann zusammen. Aber mehr haben wir noch nicht mitgenommen. Ja, dann, ich fange mal mit dem Großen an. Und Star Wars Galaxy, hätte ich schon gesagt, Disney Galaxy Band 3. Da fehlt uns, glaube ich, nur noch ein einziger. Das ist auch so eine Art Star Wars Saga, kann man so sagen. Ja, und dann gab es fünf Bände fast am Stück. Ihr könnt sehen, fast ein Motiv. Hier haben wir die 5,76. Wo ist der Glückstaler? Band 577, das Spukhaus. Dann habe ich hier der goldene Turm, Band 582. Dazwischen hatte mein Bruder auch schon einige. Also uns fehlt jetzt, das ist das Aktuellste, sogar hier gleich. Dann die Nautiluskehr zurück. Band 583. Und momentan ist draußen Band 584, die Schildkröteninsel. Ja, das ist das Aktuelle. Ich brauch so schön mit so einem Holo-Cover. Oder so, da haben wir schon hochglanz-Cover. Ja, und das Nächste kommt jetzt raus. Das heißt, eigentlich sind wir komplett ein Band dazwischen. Denn die 574, glaube ich, fehlte mein Bruder noch. Das hatten wir da nicht gefunden. Ja, ein einziger und der aktuelle fehlt. Ein paar Sonderbände, die dann erscheinen. Ja, warum nicht? Nimmt man gerne mit. Genau. Dann gab es noch zwei Bände. Und dann greife ich jetzt schon mal ein bisschen. Das ist auch schon Halb-Toys. Und zwar zwei Lego-Rätsel-Spaß-Bücher. Und zwar hier Lego Jurassic Park mit Ellie Settler-Figur. So sieht die groß aus. Und das Ähnliches eben halt Rätsel-Spaß mit Ian Malcolm. Lego Jurassic Park. Auch richtig schön. Ja, die gab es auch zu drei Euro das Stück. Genau. So. Weiter geht's. Ich habe auch ein Buch noch gefunden. Ein Drei-Frage-Zeichen. Und das Phantom aus dem Meer. Gab es für zwei Euro. War bei dem zweiten Flohmarkt. Ähm, bei dem Stadt-Fest-Flohmarkt. Oder Stadtteil-Fest-Flohmarkt. Genau. Und da gab es auch diesen Stapel an Tim und Struppi-Comics. Eigentlich wollte ich nur durchgucken. Hier ist ein ganzer Stapel Tim und Struppi-Comics. Sind auch nicht im perfekten Zustand. Also haben wohl lange auf dem Dachboden gelegen. Na jedenfalls war das so, dass ich einfach geguckt habe. Ich sage da die Comics. Und ich gucke dann ja gerne durch. Und da sagte mir, komm, wenn du Stapel nimmst, gib mir vier Euro. Und da habe ich gesagt, okay, komm. Spontan, ohne viel nachzudenken. Und ich komme an meine eigene Sammlung, die ich ja besitze, nicht so gut ran gerade. Weil ich da was anderes vorgestellt habe. Beziehungsweise, man kennt das ja gerade irgendwo. Und ja, da habe ich gedacht, nehme ich mit. Werde mich dann aber auch wieder verlassen, wenn ich sie einmal wieder gelesen habe. Und da ich sie besitze. Und hier haben wir einmal Tim und die Picaros. Auch kein schlechtes Comic. Richtig schön das eigentlich. Auch hier genauso im Bereich des Schwarzen Goldes. Dann die Juwelen der Sängerin. Der Arumbaya-Fetisch. Auch ein wirklich schönes Abenteuer. Also eine richtig schöne Geschichte. Wo Tim eben halt hinter diesen Fetisch hinterherjagt. Ich liebe diese Tim und Struppi-Comics. Ich verbinde da auch viel Kindheit mit. Teilweise, als ich krank war, hat früher meine Mutter dann uns oder mir einen Comic geschenkt. Das war damals wirklich noch was Besonderes. Wir haben hier Tim und Struppi Kohl an Bord. Und ihr seht, eine ganze Menge. Das war schon das fünfte. Das ist der, der ist am schlechtesten im Zustand. Tim in Tibet. Eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich glaube, ihr seht, der Zustand ist ganz schlecht. Aber vielleicht lässt sich aus den einzelnen Sachen eine Collage basteln oder so. Für mich taugt das eigentlich nicht. Eigentlich sehr schade. Das ist die fünfte Auflage von 1975. Wahnsinn. Also im Endeffekt ist das jetzt Comic Nummer 6. Auch hier ein großartiger Flug 714 nach Sydney. Das ist jetzt die siebte. Der achte ist hier die Zigarren des Pharaos. Dann Tim und der Heifestsee. Die einzige Version, die nach einem Animationsfilm getextet wurde. Beziehungsweise aus Fotos daraus. Es gibt auch eine gezeichnete Version. Und die fehlt mir noch, aber die ist schwer zu finden. So, dann habe ich hier noch eins meiner absoluten Lieblinge. Mit dem anderen Teil Reiseziel Mond. Darauf fehlt eben halt der zweite Teil Schritte auf dem Mond. Aber auch eine richtig schöne, spannende Geschichte. Denn Tim war mit als erstes auf dem Mond. Ja, ich meine, das ist Kindheit. Sechste Auflage von 1976. Richtig alt. Wie gesagt, haben gelagert. Und hier das letzte. Der Fall Bienenlein. Auch eine spannende Geschichte. So, und was sind das jetzt für gewesen? Das sind zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf Bücher. Elf für vier Euro. Da kann man doch nichts sagen. Da habe ich ja für dieses Heftchen im Vergleich mehr bezahlt. Und das ist ein Schreibheft. Da habe ich noch 50 Cent bezahlt. Komplett ungeschrieben. Aber es ist diese Sache mit Disney gewesen. Hat mich an die Kindheit erinnert. Ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Ich weiß gar nicht, ob da ein Datum überhaupt drin steht. Auf jeden Fall ist das so alt. Das sind noch vierstellige Postleitzahlen. Ja. Das ist alt. Mit Löschblatt drin. Ja. Richtig alt. Richtig cool. Sieht man nicht alle Tage. Das ist wirklich Kindheit. Ja. Kann man aber auch jederzeit wieder benutzen. Gut. Das zeige ich euch etwas später. Die zwei Hefte noch. Die gehören zu einem anderen Teil. Ja. Im Endeffekt. Das waren so die Comics und so. Und ich habe natürlich noch so ein paar andere Sachen gefunden. Ich versuche das mal ein bisschen anders zu zeigen. Und zwar gab es auch noch ein paar Hörspielkassetten, die ich gefunden habe. Zwei habe ich für 50 Cent das Stück. Eins für einen Euro gekauft. Und zwar einmal hier so ein doppeltes Hörspielzeit von Benjamin Blümchen. Ja, Benjamin Blümchen. Der Gorilla ist weg und wird verhext. So eine Doppelfolge. Die sind schon seltener. Das sind so, die mich dann immer reizen. Hier haben wir Kasper. Das Original Hörspiel zum Film. Und ja, musste mitgenommen werden. Ich versuche jetzt mal das Cover rauszunehmen. Weil hier ist noch so ein Sticker drauf. Die Kreischsägen von Smarties. Sticker Nummer 6. Das waren auch noch so Dusterky-Sachen. Aber die schönsten Kinderlieder mit Tick, Trick und Track. Allein eben halt wegen Tick, Trick und Track. Und das ist schon ganz witzig. Und diese Kassette ist von 1900. Über den Datum. Mit grünem Punkt. Ich gucke gerade. Ja, sie ist eine 5-stellige Postleitzahl. Ne. Muss aber so maximal 2000er sein. Ja. Findet man auch seltener. Und die habe ich so noch nie gesehen. Und ja, dachte, den nehme ich mir mit. Auch wenn die jetzt so komisch aussieht durch den Sticker. Aber wie gesagt, 50 Cent. Da kann man nicht so viel verkehrt machen. Genau. Dann habe ich noch ein Spiel, ein Brettspiel gefunden. Sealed von den drei Fragezeichen. Das Haus der Rätsel. Ich habe das mir mal selbst gekauft. Da habe ich, was kostet das neu? Steht hier glaube ich nicht, aber so um die 15 Euro kostet das neu. Und ich habe jetzt 3 Euro bezahlt. 3 Euro habe ich bezahlt für Sealed. Das bleibt natürlich so sealed in meiner Sammlung. Ja, richtig schön. Ist auch kein schlechtes in dieser Exit Games. Aber wenn man das einmal spielt, muss man was zerschneiden. Und ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Und auf dem anderen Flohmarkt habe ich schon zu Herr der Ringe eins gefunden. Das fällt mir gerade ein. Das habe ich vergessen zu kontrollieren, ob es vollständig ist. Muss ich noch machen. Ja, aber auf jeden Fall gab es so von den drei Fragezeichen nicht nur ein Buch, sondern auch ein kleines Spielchen. Ja. Weiter geht es mit, wo wir bei Hörspielen waren. Fällt mir ein, ich habe noch zwei Hörbücher mitgenommen. Aber die habe ich jetzt nicht auf den Flohmärkten, sondern als wir zu meinen Eltern gefahren sind, weil wir da was abgegeben haben, mein Bruder nicht, lag eine Kiste zu verschenken da draußen am Straßenrand. Und da habe ich zwei Hörbücher mitgenommen. Die Hörbücher sind jetzt nicht im besten Zustand. CD ist aber vollständig. Und zwar einmal zu Warrior Cats. Und die Legende der Wächter, auch so ein Film, oder was auch schon verfilmt wurde, der Roman. Ja, wie gesagt, für umsonst habe ich das gerne mitgenommen. Ja, dann habe ich mitgenommen für zwei Euro ein Kartenspiel. Ich habe das schon, aber das ist in so gutem Zustand, da konnte ich nicht widerstehen. Ein Quartett von Sinbad von 1978. Richtig cool. Gefällt mir richtig gut. Jetzt habe ich das zwar doppelt, aber davon kann man nicht genug haben. Muss ich aber noch kontrollieren. Ich weiß gar nicht, ob es für euch der nicht ist. Aber es sieht sehr gut aus. Der Zustand ist top. So, dann etwas gefunden. Das werde ich aber auch nicht behalten. Es geht an einen Freund, der Warhammer 40k Fan ist. Und zwar Demons of Thrawn Skulltaker. Noch sealed. So eine Sonderfigur. Ich weiß gar nicht, was wir dafür bezahlt haben. Es wird schon super gut gehandelt. Es ist erstaunlich, was es so gibt. Und dazu gab es als Bonus so einen falschen Lego-Bausatz. Das ist, glaube ich, so ein kleines Baufahrzeug. Aber es ist kein echtes Lego. Also das ist eine Kopie. Deswegen wird uns das so auch verlassen. Das werden wir nicht gar nicht erst bauen. Aber das wollte ich euch trotzdem zeigen. Ja, so, dann gab es noch zwei auf dem Stadtteilfest-Flohmarkt. Ein paar kuriose Sachen. Und zwar habe ich diese Haarspange mitgenommen. Ja, Haarspange kann ich gut gebrauchen. Aber nein, das ist von Alf. Das gab es für 50 Cent. Und ja, habe ich so noch nie gesehen. Scheint auch was Offizielles zu sein. Selbst gebaut sieht das nicht aus. Ja, aber sowas von Alf sieht man selten. Und das nehme ich ganz, ganz gerne da mit. Ja, und dann gab es dann einen Stand, wo auch eine ganze Menge Actionfiguren lagen. Da habe ich ein bisschen gewühlt. Und da habe ich, oder was heißt gewühlt? Da waren ein paar Figuren, die lagen da einfach. Und das Erste, was mich angestarrt hat, eigentlich, war dieser komische Blick von dieser Figur. Ja, das ist ein Gamorrean Guard von Star Wars. Ich dachte nur, hm, siehst du nicht alle Tage. Und irgendwie dachte ich, ist das nicht Vintage? Guckte drauf, 1983. Ja, das ist eine Original-Vintage-Figur zu Rekete Jirita von 1983. Ja, und dann habe ich noch zwei weitere Figuren da entdeckt am Stand. Als allererstes Egan von den Ghostbusters von 1984. Können wir da einstellen. Und von 1979 diese Figur, Boba Fett. Das ist die zu Empire Strikes Back. Richtig cool. Und, ihr werdet nicht glauben, ein Euro das Stück. Ich habe drei Euro dafür bezahlt. Und das ist Hammer. Das ist Hammer. Der Boba Fett ist leicht bespielt, hat vorne am Brustpanzer Abrieb. Aber für eine 1979er Figur, ihr könnt hochrechnen, das sind über 40 Jahre. Und die sind in einem schönen Zustand. Also die bleibt auch in meiner Sammlung. Also das ist Wahnsinn. Wahnsinn, das zu finden. Habe ich schon lange nicht mehr. Obwohl, auf dem Flohmarkt habe ich letztes Jahr auch eine Star Wars Figur gefunden. Von 1983. Also erstauntlich. Es ist möglich. Wahnsinn. Das sind aber die wirklichen ältesten Funde seit langem. Gut. Filme gab es auch ein paar. Bevor wir zu Gamescom kommen. Ich gucke gerade. Einen Film habe ich gefunden. Der hat 1 Euro gekostet. Den wollte ich mitnehmen. Habe ich zusammen mit einem Spiel gebundelt. Im Endeffekt habe ich, das Spiel sollte 5 kosten. Die DVD 1 Euro. Ich habe aber 5 Euro gesamtbezahlt. Deswegen in dem Sinne 1 Euro stand drauf. Wollte ich wegen dem Steelbook haben. Weil es ist einfach ein geniales Steelbook. Und für 1 Euro nehme ich das gerne mit. Auch wenn es in den Videotheken-Disk-Fassung ist. Und ihr seht schon, es ist Silent Hill. Schöne Steelbook. Aber was traurig ist. Der Originalverkaufs-Sticker trotzdem. Der war nicht abgemacht worden. Und den könnt ihr hier leider in Schatten noch sehen. Das ist so traurig. Ansonsten ist das so ein mega geniales Steelbook. Ja. Und für 1 Euro, sowas lasse ich dann auch nicht liegen als Game-Fan. Und ja. Das war, da muss ich tief einatmen. Denn das macht mich nur traurig. Ja. Dann gab es an einem Stand für 2 Euro. Einen Film, den wir noch nicht auf Blu-Ray hatten. Aber kein schlechter Action-Film. Einfache Unterhaltung mit Jolt Butler, Gary Oldman und Common. Hunter Killer, das ist so ein U-Boot-Action-Film. Nicht schlecht. Wie gesagt. Der war noch sealed. Den habe ich nur ausgepackt, weil so ein komischer Sticker da drauf war. Aber der war völlig in Top-Zustand. Und dann noch mitgenommen. Drei Filme. Einen davon haben wir jetzt gar nicht. Den wollen wir einfach mal angucken. Habe ich jetzt 7 Euro bezahlt für. Zwei sind Steelbooks, die für meine Sammlung sind. City Under Siege, 3D. Das ist ein Hongkong-Action-Film. Hier steht Hongkongs Antwort auf die X-Men-Trilogie. Was auch immer das bedeuten mag. Und hier sind zwei Steelbooks von Transformers. Und Transformers, ihr wisst, ich bin Fan. Musste sein. Aber hier Transformers, die Rache. So ein bisschen Hochglanz auch. Äh, nee. Transformers, der erste Teil. Und hier ist Transformers, die Rache. Ja, ich glaube, da ist Prime drauf. Ja, gab's im Lebenssinn mit dem anderen für sieben. Das ist ein geiles, fairer Kurs. Im Filmbereich, muss ich sagen, hat mein Bruder aber dann den Schnapper hingelegt. Für vier Euro. Ähm, noch Sealed. Ja. Auch wenn die nicht bei uns in der Sammlung bleibt. Aber sowas lassen wir da nicht liegen. Sailor Moon. Komplett, ihr seht, noch Sealed. Komplett verschweißt. Die erste Staffel. Oder Box 1, die Episode 1 bis 23. In Top-Zustand. So war das für vier Euro. So, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Wahnsinn. Wie? Ich bin völlig begeistert, was wir da gefunden haben. Oder was hier? Zwischenfazit? Da sind doch schon einige Highlights dabei. Weil ich meine, die Actionfiguren, die, die sind kaum zu toppen. Das ist so ein Wahnsinn. Ähm, das zu finden. Ja. So, jetzt kommen die Computerspiele nur noch. Und ich guck gerade, womit fang ich an. Ich fang besser an. Diese zwei Magazine, Game-Magazine, sind im Deal mit drin gewesen von dem, den mein Bruder gemacht hat, der abgesprochen war. Wo ich auch keinen Preis nenne. Das war ein fairer Kurs, aber das gehe ich später noch ein. Die waren mit im Bundle drin. Das sind zwei Playzone-Magazine mit Dist noch drin. Einmal hier die Playzone von 2005, 2000. Und da freue ich mich drauf. Auch mit der Demo noch drauf. Und hier habe ich die Playzone von 8,99 mit Silent Hill. Auch richtig cool. Freue ich mich drauf. Hier auch unten noch mit das beste Zubehör für ihre Playstation. Extra Heft Nummer zwei. Ja, Wahnsinn. Wie gesagt, sowas findet man auch nicht alle Tage. Und die sind vollständig. Auch wenn die Discs oben locker sind. Die werde ich dann irgendwie anders packen, weil es ist zur Sicherheit. Ja, so und jetzt kommen die Spiele, die wir gefunden haben. Die zwei DS. Was ist das bei das DS? Drei DS-Spiele. Die beiden drei DS-Spiele gab es für je 8 Euro. Doch, je 8 Euro. Ja, 16 Euro hat mein Bruder bezahlt. Auf dem ersten Flohmarkt. Und das ist einmal Lego Star Wars Erwachender Macht. Und New Super Mario Bros. 2. Wird wie er voll hier, der ganze Tisch. So, bevor wir zu den Highlights dann kommen, mache ich erstmal mit einer anderen Konsole weiter. Das Spiel war beim Stadtteilfest-Flohmarkt und zwar, nee, Korrigierung, war auch auf dem Flohmarkt. Ich gucke gerade die Spiele und die. Ja, genau. Okay, das war, was ich jetzt zeige für die Wii. Und zwar Warms Battle Island. Warms Battle Islands. Gab es für 4 Euro. Und das war auch auf dem ersten Flohmarkt. Dann diese 5 Xbox 360-Spiele gab es für 5 Euro. Ich wollte eigentlich nur eins mitnehmen und sagte, ja, ich nehme mir doch alle ab. Und ich habe gedacht, okay, komm, zum Tauschen nehme ich dann für das Stück. So, das Stück ist, ich wollte erst 8 haben. Und ich sagte, komm, für 5 würde ich sie mitnehmen. Dann habe ich dann, wie gesagt, nehme ich mit. Ich muss nochmal gucken, weil hier ist bei 1, 2 nicht das Handbuch dabei. Und zwar habe ich einmal hier ohne Handbuch Halo 4. Das ist vollständig, aber ist die US-Version Left 4 Dead 2. Dann hier ist das Handbuch drin gewesen. Ja, genau. Call of Duty Black Ops. Die Piggy-Version, wo ihr merkt. Ja, gut, ihr seht, Piggy. Und hier fehlt das Handbuch. Genau, Battle 4 3. Ich weiß nicht, ob da eins bei ist, aber auch die Piggy-Version. Und ja, hier ist auch kein Handbuch, aber das ist sogar die skandinavische Ausgabe. Denn hier sind Dänisch, Schwedisch, Norwegisch und Finnisch drauf. Das ist richtig schön, ihr könnt es hier sehen. Das ist die Auflage mit diesen 3, 4 Sprachen. Ja, für einen Euro habe ich es einfach mitgenommen. Habt man auch die alle Tage. Wie gesagt, war ein Bundle. Im Bundle haben wir auch diese Spiele mitgenommen. Zusammen noch mit Playstation 4 Spielen. Und zwar diese Playstation 3 Spiele. Hier habe ich einmal auch vollständig und in Top-Zustand. Abgesehen, dass ich hier Sticker drauf hatte, die kaum abgehen. Das eine, hier haben wir zum Beispiel Dead Space 1, richtig schöner Titel. War aber von GameStop und das hasse ich. Hier unten auf dem Cover, zum Glück nur da unten, sind Sticker angebracht worden. Und die lassen sich nicht ablösen, ohne Cover kaputt zu machen. Die gab es für je 2 Euro das Stück. Und im Bundle mit den Playstation 4 Spielen, wir haben sieben Stück insgesamt abgenommen, haben wir 15 Euro bezahlt. Das heißt im Endeffekt etwas, ja, für die 2 Playstation 4 Spiele, 2,50 Euro das Stück. Also, hier haben wir Resistance, Fall of Man, Playstation 3. Hier habe ich die Piggy Version von Killson 3. Hier habe ich Fallout 3. Und auch im Top-Zustand, Lost Planet 2 von Capcom. Auch ein cooles Spiel. Ziemlich unterschätzt. Genau. So, weiter geht's. Und zwar diese beiden Playstation 4 Spiele, die waren noch in dem Bundle mit drin. Und zwar einmal Wolfenstein 2, The New Colossus. Und Dragon Age Inquisition. Ja. Da kann man für den Kurs echt nichts sagen. Und dieses Spiel habe ich mitgenommen mit dem Silent Hill Film für den 5er. Resident Evil 7. In der zweiten Auflage, wo Playstation VR kompatibel steht. Und dann hat mein Bruder hier, oh, jetzt muss ich raten, was er bezahlt hat. Er hat, glaube ich, 4 oder 5 Euro der Stück bezahlt. Einmal Lost Spear von Square Enix. Und Heifrist Mensch. Heifrist Mensch. Man-Eater. Day One Edition. Ja, Wahnsinn. Was sagt ihr? Das ist doch schon eine ganz schöne Ausbeute. Ja. Im Endeffekt, das waren unsere Flohmarkt-Funde. Das war eine Überraschung, weil, wie gesagt, dass der das noch gefunden hatte, von dem, wo wir den Deal haben. Den Spiele-Deal. Die zeige ich euch jetzt, die Spiele. Aber die sind ja mitgebracht vom Flohmarkt, aber es waren vorab Absprachen. Also keine Flohmarkt-Funde. Und das sind alles Playstation 1 Spiele in Top-Zustand. Vollständig und wirklich sehr schön im Zustand. Hier haben wir Nightmare Creatures. Top. Absolut top. Ich mache die auch gar nicht so auf. Weil sie sind wirklich im Megazustand. Gut, hier ist die Hülle ein bisschen abgenutzt. Aber das war es auch. Doom. Die Piggy-Version. Das ist die eine Platinum-Version, aber auch nicht schlimm. Trotzdem sehr toller Zustand. GTA. Und hier haben wir noch Nightmare Creatures 2. Wie gesagt, top. Absolut top. Auch ein absolutes Mega-Game. Unterschätzt. Und kann ich euch nur ins Herz legen. Auch ein Klassiker. Leider noch nicht geremaked. Aber müsste, glaube ich, als erhältliches DCS-Download über die aktuellen Konsolen auch noch verfügbar sein. Bei den Playstation-Stores. Und zwar Parasite Eve 2. Richtig schönes Spiel von Square. Squares. Eine Ewigkeit später. Von Squaresoft. Die später ja Square Enix wurden. Ein Action-Adventure-Rollspiel im Steel of the Resident Evil. Richtig toll. Auch der erste Teil ist mega. Ja. Dann haben wir hier noch Heart of Darkness. Richtig toller Titel auch. Richtig schön animiert. Und der ist so gut. Ich mache das als einziges mal wirklich auf, damit ihr sehen könnt, wie toll die Zustände sind. Die CDs sind top. Handbuch. Ist wie geleckt. Und hier ist zum Beispiel so eine 3D-Brille dabei. Die fehlt oft. Und die ist noch anpuncht. Also richtig neuwertig dabei. Also Wahnsinn. Absolut top. Dann haben wir noch, habe ich noch vier Spiele. Und zwar hier, das war eigentlich das günstigste im Bundle. Aber mein Bruder hat es noch nicht. Warpair Jurassic Park. Wo man mit Sauriern kämpft. Dann haben wir hier zwei mit Crash Bandicoot. Einmal haben wir hier CTR, Crash Racing Team. Hier haben wir Crash Bandicoot 1 müsste es sein. Sogar mit Free Demo. Noch ein Sticker. Nicht richtig cool. Und das Highlight oder ein Highlight auch zum Schluss. Silent Hill 1. Die Version ist schöner als die von meinem Bruder. Und deswegen hat er gesagt, die möchte ich auch noch dabei haben. War ein teurer Deal, aber fair. Also unter dem Wertkurs. Aber trotzdem ist es kein Schnapper gewesen. Und das will ich damit auch andeuten. Deswegen sage ich auch da kein Preis. Ja. Und was sagt ihr? Es hat geregnet. Und man fährt doch noch los. Ja. Hat sich gelohnt. Würde ich sagen. Also. Manchmal muss man es riskieren. Inzwischen zieht sich das wieder. Deswegen habe ich auch andere Beleuchtungen an. als ich das Video jetzt heute oder während ich das Video jetzt gemacht habe. Ja. Aber die Actionfiguren, wie gesagt, Star Wars Figuren von 1980 in dem Sinne 79, 83 zu finden. Das ist seltener geworden. Bei uns jedenfalls. Ich habe schon lange keine Mäse gesehen. Oder die wurden mir weggegraben, bevor wir überhaupt auf dem Flohmarkt waren. Ja. Richtige Highlights sind dabei. Ich freue mich. Was sagt ihr? Jetzt seid ihr dran. Teilen, liken, abonnieren und kommentieren. Dann sprecht mit mir. Was ist euer Highlight? Wie findet ihr diesen Playstation Lot? Und ich spiele überhaupt Highlights für euch. Wie gesagt, bei mir die Toys und auch die Playstation Einspiele. Das muss man ja auch sagen. Da sind schöne Titel dabei. Ja. Und das war's. Ihr seht jetzt gleich nochmal so einen Überblick von dem, was ich hier alles dabei hatte. Und ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.